Hallo Gertrud, da bin ich. Äh, pardon, kennen wir uns? Sie haben Angst vor Demenz? Haben Sie das abklären lassen? Abklären lassen? Weisst du, was los ist mit mir? Ist du noch nicht parat? Für was parat? Der Termin mit Dr. Hafner? Das ist nicht heute. 17. 14. Sie nuschelt, Herr Doktor. Und im Übrigen fahre ich mit den Augen. Nicht nur, Frau Forst. Achtung! Willi, du bist los, da kannst du Gift drauf nehmen. Wenn ich den Ausweis abgeben muss, dann ist es Zeit, um zu gehen. Ich habe es gesehen. Komm, geh. Sie denken an einen Bilanzsuizid. Ah, sagt man das so? Bist du verliebt? Möchtest du sonst noch etwas wissen? Und von dort in den Indischen Ozean. Dort hat es Piraten. Die Südsee. Taifun. Dann halt ins Mittelmeer. Wie gibt's etwas? Ist das seriös? In Ihrem Alter? Liebe nimmt keine Rücksicht aufs Alter. Bist du mir stimmt einfach etwas nicht? Dann geh zum Doktor. Dann geh zum Doktor. Dann geh auf eine Kreuzfahrt. Weisst du was? Dann geh jetzt in die Küche. Währends inverse das Sk boilingen! Weisst du was?